hallo hallo herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge von gantlet mit schinken und schnitzel hallo heute gehen wir in die karte kommt weiter nach unten quasi ja ich hoffe mal ja ohne langes vor ihr rede und die schwarze attacke ich hoffe man ist oft 1 naja wieso du bist zweimal sturm ich muss einmal ja schon oft aber jetzt habe ich jetzt habe ich wieder meinen normalen was so was was aber noch mal alter was das denn geh mal weg ich bin tot ich sag doch du stirbst jetzt nehme ich dein geld kannst du dich wiederbeleben der tod ja wie machen wir den tod eigentlich ja keine ahnung wir sollen fliehen stand da oder na dann fliehen wir mal vorsicht ja alter ich stand das ist richtig sneaky ich wollte nämlich gerade noch mal was gucken und er hat gesagt oh vorsicht toll ja was ist los ja ich bin auch bei tod wenn es weitergeht aber ich muss echt mal sagen ich bin hier maßlos überfordert aber der haut ab also ich bin gleich tot alter jeder tot bei hier geht weiter da geht's rüben kürzeln warte das essen ja schön wie ich habe jetzt aber wieder meine alte fähigkeit irgendwas muss ich noch falsch machen sehr gut wahrscheinlich bloß meine ich würde gerade sagen ich komme nicht weiter aber vorsicht alter ist das ein bisschen das ist doch ich habe gleich das zweite level hier aus alter alter der snackt uns gleich voll weg der snackt uns gleich weg alter man hat keine wahl man muss auch in die gegnermassen rein rennen ja und zu überleben alter was ist los vorsicht hier ist ne bombe du lehle ist von die bombe ne der ist hochgeflogen achso oh nein wo ist er da kommt er da oben also komm runter alter ich stehe hier in der mitte ich bin tot alter was machst du nein ich konnte nicht weg sowieso gleich tot soll ich mich wieder überleben oder ja natürlich ja ich bin wieder da ja ich bin wieder da moitzeit 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 moin ach dein geld das gold ja kein problem ja es ist nicht so schön oh alter komm wir gehen runter du bist auf jeden fall gleich dead ach quatsch sonst er sagt's noch ähm yo ich glaube du wirst storben ich weiß es aber nicht genau ich habe es nicht gesehen den hab ich abgefangen ja ich bin auch gleich bei tot los komm du musst jetzt nicht viele Menschen sammeln für mich ja ich muss ja jetzt ein paar leute für töten glaube ich ja dann attacke ja schön vorsicht ja ja na klar ich habe so schon wenig leben ja sieht aber gut aus was du da machst voll sneaky lass mich hier durch ich brauche nahrung ja das weiß ich dass ich nahrung alter ja klar hm ja ja ich gehe mal hier ein bisschen sneaky ran vorbei der zombie hat ne krone schnapp sie dir komm schnapp sie dir vorsicht der tot alter der tot tot der große gleichmacher vorsicht bau alter alter ich sehs bam mach die alle tot alter ich komm nicht weg alter scheiße hast du das hast du das sie sehen ja hab ich geh weg ey du hast ne münze echt ach sah nicht ja der tot ja der tot der große gleichmacher alter ii geh weg ach scheiße irgendwie ich habe hier ist noch gold hier sind schlüssel ja nimm mal auch einen hab ich jetzt ich nämlich sterbe ist nicht so gut oh wir brauchen eh alle drei ja ne das war echt kreativ ich brauch nahrung ja und wir essen ach ne krone ist meine ey ey ach uah alter das ist aber echt ein bisschen übertrieben hier muss ich echt mal sagen das ist zu essen ja ich gehe ins zweiten level alter wo bist du da hinten ja ich weiß nicht was ich hier mache oh alter ich habe mich gerade aus erschrocken von der bombe hilfe der tot alter ähm rennen wir hier übel hinterher alter mach die mal weg mach die mal bitte weg danke alter fast ne tod drin gesprungen bom alter ja voll einfach was haben wir hier ja ok recht ja ok recht oh god vorsicht oh alter das war ich habe gedacht da recht sind keine das ei geh weg ei der tot oh 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 äh hä ich bin tot aufgestachelt oh nein oh nein oh nein ey ja ich bin wieder da easy oh man ey halt wie scheiße oh jawoll galt 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 aber da ist jetzt auf jeden fall was zu essen ohh ganz einfach und jetzt zack dumm-dum dumm-dum dumm-dum-dum-dum-dum oh 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 hilfe schnell weg channel wieso kann der fliegen ja ich bin ja ohoh okay deine coole kugel oh elo Ja, die verlangsamt eigentlich. Was soll das? Ihr braucht doch was zu essen. Nee, aber Gold. Oh nein, jetzt hab ich das Essen kaputt gemacht. Oh nee, ey. Oh, Weltweg. Ach man. Vorsicht. Da kommt wer. Aber so richtig? Da kommt wer. Wer denn? Der Tod. Ich kann den auch nicht einfach so wegsneaken. Ach man ey. Ja, noch ein paar mehr. Moin. War einfach mal ne fette Bombe. Alter, ich hab grad... Ich hab grad gedacht du bist tot. Nein, ich sterb doch nicht. Nein. Nein. Okay. Alter. Vier auf einmal. Bam, bam, bam. Cool. Okay. Also man muss eigentlich nur aufpassen. Oh. Ich sag's doch. Ich war grad voll konzentrated hier ey. Ich bin nicht die ganze Zeit. Triffst du die mal? Nein. Ei. Daumen ist Gesundheit, die kannst du ja nehmen. Ja, die nehm ich mal. Ah, Nahrung. Haha. Oh oh, jetzt aber schnell. Lass mich hier vor. Nein. Alter. Ich bin gleich schon wieder tot ey. Hier ist nur Geld. Ja, Geld. Gold. Ey, das war's. Na, easy alter. War doch gar nicht schwer. Ey komm, wie lange hat das jetzt gedauert? Schaff' wir noch ein zweites oder? Ja, das schaffen wir noch ein zweites. Diesmal ich will jetzt mehr Geld. Ähm. Ja. Ich bin gierigster Held. Ja. Ja. Tot als tot. Stirb dreimal in einer Sitzung in einem einzigen Level. Ey, Dicker. Warum kriegst du nur dafür Geld, Junge? Guck dir mal das Geld an. Ja. Easy, Alter. Ey. Scheiße. Ich dachte doch, gierigster Held. Ey, oh. Ach so. Knochen. Ja, was? Hä? Wo geh man jetzt hin? Na, hier links. Ja, okay. Aber runter können wir auch. Ach, ist egal. Ne, ich hatte erst gedacht links. Ja, geh mal links. Okay. Okay. Ey, warte mal. Was denn? Ich hab 8000 Münzen. Ja. Das wird also nicht zusammengezählt, immer. Nein. Das wusste ich nicht. Ja. Kann ich mir was kaufen? Weiß ich nicht. Alter, erhöht. Alter, erhöht. Die Bewegungs- und Angriffsgeschwindigkeit. Alter, Hammer. Ich kann mir nichts kaufen. Das Preiswertste, was es gibt, kostet 8500. Wie viel hab ich? 8200. Geil. Easy. Ah, ich kaufe ohne nichts. Ich kann mir nichts kaufen. Ja, okay. Okay, Alter. Vielleicht krieg ich hier ein bisschen mehr Geld. Vielleicht muss ich öfter sterben. Aber jetzt kommt hier nicht der Tod oder so, ne? Ich hoffe nicht. Weil ich muss ganz kurz gleich noch mal was gucken. Okay. Hast du eine Arena? Ja. Mhm. Lass mich mal bitte nicht so alleine, bitte. Lass das schon. Ja. Kein Problem. Ich nehme jetzt alles Geld, was ich kriegen kann. Oh, hallo. Da drüben. Da drüben. Die, äh, äh, äh. Ne? Einfach drauf. Erstmal, das geht's. Ich bin schon vor dir. Ich weiß nicht mehr, Alter. Ist das jetzt schon kaputt hier? Nö. Jetzt? Ja, aber da drüben noch. Oh, hier ist da ein Dicker. Dicker. Oh. Was denn? Was denn? Setz mal drüben. Ich spring drüber. Tschuh. Genau. Alter. Ey, was will denn der hier von mir? Oh nein. Ich hab das Essen kaputt gemacht. Oh, man ey. So. Ja, voll tricky und so. Achso. Achso. Ah, das ganze Level besteht aus einer Arena, würde ich mal sagen. Ja. Gut, komm. Du dominiert, Watson. Ja, oder? Ich hol mir erstmal Geld. Ja, mach mal. Alter. Jetzt aber auch ein bisschen was los. Hm, hallo. Der war gut. Ja, weiß ich. Von mir. Ich hab so übel. Hehehehe. 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 Bam. Ich wollt grad sagen, kriegst mich nicht, aber er hat mich noch gekriegt. In your face. Bam. Hm. War süß. Hehehe. Ach, hier, hier, hier. Alter. Ich schmeiß mal ein paar Bomben. Bomben rüber hier. Ähm. Was denn? Hast du das grade nicht mitgekriegt? Nee. Du bist da rüber im Sprung und ich entgegekommen im Sprung. Achso. Ja. Nee, hab ich nicht mitgekriegt. Easy going, ey. Ah, man. Vielleicht hätt ich das Essen nicht kaputt machen sollen. Ja, hier drüben ist aber noch was zu essen. Ah, okay. Ja, ist ja schon. Wenn dich dann nimmst du ausmacht. Nein, ey. Wenn ich sterbe, krieg ich Geld. Okay. Behalten wir die Schädemünzen? Äh, also sind die Level übergreift? Äh, das weiß ich nicht. Weiß nicht hier sehen. Das soll ich ja mal wissen. Ich bin tot. Alter, was ist zimmern los? Erstmal safe. Ich war zack war tot. Erstmal essen holen. Moin. Moin. So. Jetzt. Eins nach dem anderen. Zack. Hallo. Wah. Mahlzeit. Tschüss. Der ist cool auf jeden Fall. Ja, oder? Ja. Ich find den auch lustig. Boom. Alter. Was denn? Nee. Nee. Es kamen gerade zwei seine Kummien. Äh. Schatten. Ist auch warum es da auf mich zugeflogen. Ah. Gut gekämpft. Alter, ist alles meins. Alter? Nee. Verschwinde. Alter. Geh weg. Geh los weg. Das ist mein Geld. Hier. Nein. Easy. Easy. Ja. Ja. Nein. Ey. Da oben liegt noch was. Da unten. Meins. Da oben auch. Alles meins. Hey. Da unten die Donner geht. Was? Oh nein. Doch. Nein. Du Assi. Ja. Okay. Komm. 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 Du hast es jetzt schon ein bisschen mehr immer. Okay. Bam. Okay. Geh wir durch. Ja. Geh wir durch. Komm jetzt aber. Lädte abgeschlossen. Ja. Wir behalten das Geld jetzt, oder? Ja. Weiß ich nicht. Gierigster Held. Ja. Weiß ich. Wusste ich, ey. Ich hab bloß 20. Ich hab bloß 20. 900, ja. Naja. Kannst du mir ruhig mal ein bisschen Geld abgeben? Hä? Ich hab 10.000 was los. Ja. Ich weiß. Ich hab mal so die Hälfte. Trotzdem sollten wir mal ein bisschen Geld abgeben. Ja. Das macht Sinn. Ja. Oder? Kann ich mir jetzt was cooles kaufen? Weiß ich nicht. Ich kann mir auf jeden Fall ein Relikt holen. Verwandelt alle Nahrung und Tränke im Umkreis im Gold. Geil. Geil. Ja, hab ich auch schon. Kann ich mir auch schon kaufen. Ne, aber das ist blöd, weil wir brauchen mehr Gesundheit. Hat schon Geld. Aber irgendwie, ich warte irgendwie so ein bisschen darauf, dass ich mir eine andere Waffe kaufen kann. Das kostet bei mir 16.000. Ja, bei mir kriegst du die 30.000. Ja, alle 30.000. Krass. Okay. Okay. Ja. Das wollen wir dann. Wenn wir noch Geld haben und es sich lohnt, das zu holen. Ja. Gut. Okay. Dann wären wir schon wieder am Ende der Folge. Leider. Traurigkeit beiseite. Ja. Wir bedanken uns und sehen uns beim nächsten Mal. Auf jeden Fall. Okay. Macht's gut. Haut rein.